Wir haben gerade eben einen Rat gezeigt, 11.499 Euro von einem anderen Hersteller Scott, aber das hier sieht jetzt nicht wesentlich günstiger aus, kostet aber nur 3.999 Euro. Ist auch nur ein Hardtail statt ein Fullie, aber von der Optik her, gehen viele nach der Optik eigentlich, Nico? Ja, durchaus. Also wir haben hier Produkte in einem hochpreisigen Segment, das heißt also ein Fahrrad oder ein E-Bike kostet ja durchaus schon mal ab 2.500, 3.000 Euro und das ist ja doch viel Geld. Und dann finde ich, dann sollte es auch grundlegend gefallen. Es gibt den einen oder anderen, der sagt Farbe ist mir egal, aber hier das Erscheinungsbild ist natürlich wieder ein ganz anderes, ein sportives Tiefeinstiegsmodell, in dem Fall ein Cube Reaction Hybrid Race als Easy Entry, so nennen die diese Tiefeinstiegsvarianten. Wir haben hier das ein oder andere, ich glaube das One und das SLX schon gedreht. Also Damenrad quasi? Ja, es ist so gesehen die Damenversion streng genommen. Früher gab es ja bei Cube auch die Access-Modelle, die sind ja komplett rausgefallen. Dafür gibt es jetzt diese Varianten. Man hatte auch das ein oder andere Trapezmodell, also klassische Damenform, aber auch das ist komplett verschwunden. Man geht entweder rein auf den Diamantrahmen, so wie man das Fahrrad kennt, oder in dem Fall den Tiefeinstieg. Sagt Nico Ockenfels am 21. Oktober 2023, kurz vor unser beider Urlaub, ja, denn wir haben beide Kinder, Ferien sind immer nur einmal und das ist auch zum Beispiel ein tolles Rad für die Mama und den Papi. Ja, durchaus. Also nur weil es jetzt, sage ich mal, zur Damenserie gehört, und das wird ja auch gar nicht so propagiert, ist es ein Rad, was auch von Männern gefahren wird. Also wir haben den ein oder anderen Mann, der einfach sagt, es ist viel angenehmer, ich kann besser aufsteigen. Das sind ja die Argumente für einen Tiefeinstieg. Und man muss auch dazu sagen, es ist in sich ein sehr robustes Rad. Wir reden ja immer noch von einem Mountainbike und nicht von einem klassischen Dreckingrad. Das heißt, ich kann damit auch einen Trail fahren oder ähnliches. Dieser Einsatzzweck ist durchaus möglich. Man sieht hier eine schöne Ausstattung. Man muss immer genau hingucken. Also so ein Fahrrad ist immer die Summe der Einzelteile und es ist nicht nur der Rahmen, der vielleicht ganz gut ist, sondern es fängt schon an bei der Schaltung. Hier ist eine ganz tolle Schaltung montiert, nämlich die Schaltung, die irgendwie jeder haben möchte. Deore XT. Genau, in dem Fall das Schaltwerk. Das heißt also, das war immer schon bei den Race-Modellen mit ein Baustein auf diesem Komponentenniveau zu sein. Und ja, es ist halt eine Schaltung, die einfach tadellos funktioniert. Es ist die zweithöchste Version, die wir haben. So oben drüber kommt nur noch die XTR. Man muss aber auch so fair sein, dass es sich aber auch rein nur auf das Schaltwerk bezieht. Das heißt, der Schalthebel ist... Kette oder ähnliches sind, sage ich mal, auf Dioro-Niveau. Und nichtsdestotrotz ist das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis, wir haben es immer wieder angesprochen, es ist aber auch vielen bekannt unschlagbar, muss man ganz klar sagen, beim Hersteller Cube. Dicker Akku, Bosch-Motor. Der Bosch-Motor ist ja kaum noch wegzudenken. Es gibt zwar viele Alternativen, aber das, was Bosch jetzt entwickelt hat mit diesem modellaren System am Anfang vor zwei Jahren, weißt du, als wir es vorgestellt haben, war noch nicht so ganz klar, was das soll. Mittlerweile wird immer klarer, was das soll. Das heißt, es kommt immer mehr Komponenten. Unter anderem auch ein Range-Extender kann einfach nachgerüstet werden. Am Anfang hieß es, gibt es keinen, nö. Bosch hat dann gesagt, nö, wir lassen das zu und haben zum Beispiel die Ladebuchse bidirektional gemacht. Ja, das ist also auch eine Besonderheit. Die sind schon eigentlich so der Pacemaker, so ein bisschen auch für viele andere, die sich da genau angucken, was macht Bosch, ist das sinnvoll oder nicht, oder? Ja, durchaus. Natürlich sind sie sehr innovativ. Bei manchen anderen Sachen brauchen sie aber auch ein bisschen länger. Das ist dann einfach, wo man sich den Markt auch mal anschaut und sondiert und abwägt, weil das Thema Qualität natürlich eine ganz große Rolle spielt. Also Thema auch großer Akku. Wir haben jetzt hier nicht den ganz großen Akku. Wir sehen das ja auch. Wir haben hier quasi so eine Art Puffer dazwischen oder Platzhalter. Weil das Rad gibt es als 625er Version oder auch als 750er. Entscheidend ist aber, dass sie es schaffen, in einen Tiefeinstieg auch den großen Akku natürlich auch einzubauen. Deswegen wirkt das Rad oder das Unterrohr auch in sich länger. Also man könnte das durchaus kürzer machen, aber dann bekommen wir den 750 Wattstunden Akku nicht verbaut. Sieht aber total schick aus. Man sieht es noch heftiger bei kleinen Rahmengrößen, weil das Rad geht ja runter bis zu einem 16 Zoll, was dann wirklich sehr, sehr niedrig ist, wo auch wirklich sehr kleine Personen... 16 Zoll reif. Und es ist im Verhältnis dann auch ein sehr komfortables Rad. Also es ist kein typisch Mountainbike-Geometrie in gewisser Weise. Bitte mal kurz nochmal erläutern. 16 Zoll, damit ist die Rahmengröße gemeint. Und zwar von der Kurbelmitte bis wohin? Von der Kurbelmitte bis Oberkante Sattelrohr. Was ist denn 1 Zoll für alle, die es noch nicht wissen? 1 Zoll sind 2,53 oder 4 Zentimeter. Das heißt also bei 16 Zoll wären wir etwa 40 Zentimeter der Abstand. Das sieht man hier und da siehst du auch sehr schön. Das, was du gerade probiert hast, war noch vor einigen Jahren ein ganz gemeines Spiel, nämlich das Abnehmen der Klappe. Zeig mal, wie schön das jetzt gelöst ist. Und von oben. Das kommt ja auch noch mit hinzu. Wichtig sind die beiden Führungen. Die müssen hier unten im Prinzip nur sauber eingesetzt werden. Andrücken, fertig. Das ist krass. Mach nochmal auf. Also es geht nochmal tausendmal. Es geht genauso leicht. Es geht eigentlich mit einer Hand. Auf und fertig. Das coole ist, dass jetzt nämlich die Leute auch dieses Fahrradproblemus benutzen können, die keine Lademöglichkeit am Lagerort haben. Und so kann man nämlich die Klappe sogar offen lassen. Da sieht jeder Dieb. Guck mal hier, Displays sind alle abgemacht. Akkus sind raus. Fahrrad ist angeschlossen. Das ist dann schon für viele schon nicht mehr so erstrebenswert. Das heißt, den Akku kann ich sogar mitnehmen, wenn ich es irgendwo in der Stadt abschließe. Mach so einen Rucksack rein, fertig. Das ist also so gesehen gar kein Problem. Wir haben hier genau mittig den Zylinder sitzen. Das heißt, dort öffnest du oder schließt es dementsprechend halt auch. Der kommt dir auch entgegen. Genau. Der kommt dir wieder so ein Zentimeter entgegen und kannst den Akku dann ohne Probleme entnehmen. Nichtsdestotrotz hast du hier natürlich auch eine Ladebuchse. Die ist vorhanden, weil Akku rein oder raus wollte ich jetzt persönlich auch nicht immer machen. Thema auch nochmal Motorenantrieb. Ja klar, eines der hochwertigen Räder in der Reaction Serie hat natürlich auch einen Performance CX Motor in der Kombination mit dem Remote und auch dem Kiox Display. Wir sind bei 4.000 Euro. Das ist schon von der Ausstattung. Nein, wir sind bei 3.599 Euro. Echt? Wir sind zu früh dran einfach. Die 9, die du gelesen hast, ist eine 5. Echt? Stand da nicht? Neun? Nein. Du kannst aber gerne nochmal nachher vorne... Ich kann mal gucken. Also 3.599 Euro. Das ist aber eine gute Nachricht. Denn ich sag mal, wir bewegen uns von den Preisen her eigentlich so ein bisschen wieder auf dem Niveau von 2020 vor der Pandemie. Das war ja streckenweise... Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber man kann auch die Waren nicht mehr vergleichen. Das ist nicht mehr dasselbe. Nein. Dass wir eine Teuerungsrate haben in sich ist einfach klar, wenn man andere Produkte oder den tagtäglichen Bedarf nimmt, ganz egal. Aber im Vergleich zum Wettbewerb ist es einfach so, dass Cube ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Das war vor der Pandemie schon. Das war immer auch die Philosophie der Marke irgendwo. Und an der hält man sich, hält man schlussendlich eigentlich auch fest. Wie gesagt, aber man muss auch dazu sagen, in dem Fall halt auch das Kiox Display halt auch schon mit drauf. Dementsprechend jetzt nicht einfach nur ein Purion oder ähnliches. Und das zeigt halt auch wieder, wie konsequent hier ausgestattet wird. Und für 200 Euro mehr, ich hatte es eben gesagt gehabt, kannst du das Rad auch mit 750 Wattstunden bekommen. Das ist immer die Preisdifferenz. 200 Euro. 6,25 auf 7,50 oder 500 auf 6,25 sind immer 200 Euro. Zumindest mal bei Cube in dem Fall. So, komm mal mit. Dann schauen wir uns mal die Bremsanlage an. Auch hier hat man nicht gespart. Haben wir zweimal vier Kolben? Ja. Wir haben eine Vierkolben Bremsanlage. Und genau. Und von daher. Ja. Das Rad hat eigentlich alles, was man durchaus schon braucht. Zur Form an sich. Ich hatte es ja schon gesagt gehabt. Wir gehen einerseits den Weg mit dem Easy Entry, mit dem Tiefeinstieg. Oder man sieht es hinten halt auch die klassische Diamantrahmenform. Ist also auch gar kein Problem. Farbtechnisch haben wir jetzt hier so einen schönen Olivfarbton. Also der kommt wirklich extrem gut an. Auch in der heutigen Zeit, muss man sagen. Auch in der heutigen Zeit? Richtig. Wenn ich Jäger bin oder irgendwas. Also im Wald falle ich nicht auf damit. Dann sollte ich vielleicht eine orangefarbene Kappe tragen. Ja, genau. Oder einen Helm besser gesagt. Weil wenn du mit dem Rad unterwegs bist, hast du ja einen Helm. Nee, bei uns in Frankreich sind immer Zeichen. Jetzt ist Jagdsaison und die tragen alle orangefarbene Sachen. Weil die Tiere können das wohl nicht sehen. Aber die Menschen ja. Ah, okay. Also die ist neon orange. Bin kein Jäger, aber... Aber Farben, es gibt es grün und? Es gibt drei verschiedene Farben. Wir haben in dem Sinne natürlich wieder, wie immer, einen dunklen Farbton. Sprich schwarz, anthrazit von der Möglichkeit. Ich guck mal gerade, ob wir hier noch eine weitere Farbe stehen haben. Das ist die dritte Farbe. Das Blau? Das Blau. So ein Effekt Blau, gell? Genau. Und wie gesagt, die weitere Farbe ist dann ein anthrazit Schwarzfarbton. Sowas hier ungefähr. Also hier siehst du auch nochmal die klassische Rahmenform. Mal gucken, ob wir das nachher auch mal noch drehen. Also ein bisschen femininer Touch drin. Ich weiß nicht, ob das über das Bild rüber kommt. Es ist immer so aufgebaut. Eine dezente Farbe, eine auffällige Farbe, wie wir es dort haben. Und dementsprechend eine feminine Farbe. Das sowohl als auch, weil viele Frauen fahren auch ein Oberrohr. Das ist für die gar kein Problem. Ja, weil nämlich auch in diesem Bereich, bei den klassischen Diamantrahmenformen, gehen wir ja runter bis auf 15 Zoll. Das heißt also auch nochmal ein Zoll kleiner wie hier. Laufradgröße hier 29 Zoll in dem Fall? Wir haben, nein, ich glaube 27. 27,5. Bei den Varianten geht Cube einen anderen Weg. Ja, 27,5. 27,5. Also ein sehr wendiges Rad. Zur Rahmengröße, müsste ich gerade mal gucken, haben wir hier Rahmengröße L. 20 Zoll. Wir gehen hoch bis 22 Zoll. Also auch für große Personen durchaus kein Problem, hier einen Tiefeinstieg zu finden. Weil da hängt es oftmals. Weil natürlich das Verhältnis der Hebelkraft halt auch eine ganz andere wird. Du musst wieder deine Pillen nehmen. Ne, das waren nicht die Pillen. Ich wäre normal Samstags jetzt aufgestanden. Aber für dich mache ich ja alles. Aber die Story war ein bisschen anders. Ich war ja in Tunesien, wir konnten nicht drehen. Und deswegen haben wir den Termin mal kurz nachgeholt. Ist das eine Luftgabel eigentlich? Wir haben eine Luftgabel, glaube ich, mit drin. Ja, ist eine Luftgabel drin. Ja, 40er Standrohr, ist das nicht zu groß? Nein, 40 wäre ein bisschen zu groß. Ist es auch nicht. Aber schon e-MTB ready, das ist natürlich wichtig, weil die Kräfte und die Dimensionen ganz andere sind. Lockout-Funktion von der Gabel aus. Das heißt, ich kann die Gabel auch blockieren, steif stellen. Und natürlich hier auf der anderen Seite die Möglichkeit, den Luftdruck genau anzupassen. Auf das Körpergewicht, das sollte man noch tun. Genau, das Körpergewicht. Das ist das, was wir vor Ort mit dem Kunden natürlich halt auch machen. Das Rad genau auf ihn abstimmen oder ansonsten beim Versandweg halt auch vorab das Gewicht erfragen. Du musst mir einen Gefallen machen. Du müsstest mal gerade das Oberrohrmodell nur kurz mal rausziehen, weil das konnte ich gar nicht gut filmen gerade. das ist einfach nur mal zeigen. Es gibt es und es... Und deswegen kann ich dir auch sagen, dass wir alle Farben da haben. Du hast alle Farben da. Das ist ja die femininere Farbe. Jetzt mal eine Frage, dass das Oberrohrmodell hat wieder andere Farben. Korrekt? Das heißt, also hier habe ich ja... Nein, wir haben drei Farben. Drei Farben. Und das ist... Egal welcher Rahmenform. Verstanden. Und das ist hier, ich habe es ja gesagt, so ein Grau, Antrazit, Schwarzfarbtor. Also Grau ist es eigentlich mehr. Das ist die dritte Farbe. Die sind alle... Die sind alle drei geil. Also das ist wirklich... Gerade bei dem wichtigen Modell. Das Race ist halt ein sehr, sehr wichtiges Modell. Wir sind jetzt bei dem hier beim Preispunkt auch 3,599. Ergo haben wir hier 625 Wattstunden mit verbaut. Und bei dem auch. Krass. Also gefallen mir alle gut. Aber ich muss ehrlich sagen, die Farbe hier hat es mir am meisten angetan, weil diese Effektlacke, auch wenn du das jetzt siehst, wie das gerade rüberkommt hier in dem Bild, das ist schon mega. Also willst du das als nächstes drehen? Bitte was? Also willst du das als nächstes drehen? Oh, so gerne, Nico. Und damit sind wir auch schon beim Thema... Dann wünschen wir doch deinen Wunsch vor deinen Urlaub. Dankeschön. Ja, das war noch ein bisschen... Wir sind bei Recycle diesmal in Riegelsberg. Also nicht wundern, dass die Luft hier so gut ist, weil wir nicht im ersten Stock drehen und auch nicht bei 40 Grad, sondern wir sind tatsächlich auf einem Luftkurort, würde ich fast sagen. Denn an einem der höchsten Punkte im Saarland, der Riegelsberg, auch der Berg neben dem Schocksberg, der unseren Sender nämlich auch beherbergt. Wenn man hier rausguckt, du kannst also locker hier bis hinten hin bestimmt 50 Kilometer gucken von hier aus. Und das Ganze lohnt sich sogar. Leute kommen von weit her, bestellen sich das Rad online und kreuzen aber Abholung im Laden an. Das kann man machen, oder? Ja, durchaus. Das geht für beide Filialen. Es ist so gesehen natürlich der erste Standort. Wir haben zwar jetzt viel immer in St. Wendel gedreht, natürlich auch aufgrund der Größenstrukturen. Wir waren hier wirklich mehr als am Limit. Selbst auch diese Vergrößerung, die wir jetzt hier haben, bringt uns nur ein bisschen Luft. Aber da kommt noch was. Da kommt noch was. So, da werden wir sehen. Also ganze Häuser, Straßen werden abgerissen, um das neue Imperium von Nico Ockenfelds Platz zu machen. Nein, Spaß beiseite. Es geht ja auch um Ergonomie, Laufwege, Platz, Lagerkapazität und so weiter. Dreh dich mal bitte um. Das Ganze allein in den Webshop, den gibt es seit über zehn Jahren. Und wenn so manche Kollegen Panik bekommen, dass der Abverkauf von E-Bikes ein bisschen schwächelt, darf man nur daran erinnern, wir haben jetzt nicht gerade die besonders starke Fahrradjahreszeit vor uns. Und üblicherweise, du kannst dich noch an die Zeit vor der Pandemie erinnern, geht der Kauf von Fahrrädern im Herbst und im Winter etwas zurück im Vergleich zum Frühjahr und im Sommer. Das ist auch immer noch so, aber es ist nicht mehr so wie früher. Das heißt, wo du wirklich sagst, so eine Art Winterschlaf oder ähnliches und du streichst deinen Laden komplett neu oder ähnliches. Also wir haben schon immer noch, heute haben wir Samstag, eine gute Frequenz. Wir sind selber überrascht darüber. Da geht es jetzt erst so langsam los. Wir haben kurz vor neun. Kurz vor neun erst. Ja, genau. Die Riegelsberger wachen jetzt erst auf. Ja, also von daher können wir uns dann nicht beschweren. Wir versuchen natürlich auch alles, um einen maximal guten Service zu bieten, auch was die Beratung angeht. Wir haben ein sehr beratungsintensives Produkt mit dem Thema Fahrrad, E-Bike, Leasing, alles was dazu gehört, Finanzierung. Und das ist das, was wir können und das, was wir auch jeden Tag leben. Nico Ockenfels einmal in Riegelsberg, Ortsausgang Heusweiler, Nähe Kaufland und einmal in St. Wendel neben der Shell Tankstelle. Tschüss. Ciao.